In zwei Jahren musste ich auf den Tag warten. A, dass Simu dran ist bei Esch-Wochenend-Wenn. B, dass Halloween vor der Tür steht. Haha! Und zwar muss ich mich noch bestens daran erinnern, von zwei Jahren an Halloween, dass ich einen Horrorfilm habe schauen musste, ohne dass ich verklüpfen durfte. Es hat er von vorn angefangen. Ich weiss es noch, du vielleicht nicht. Darum so hat es ausgesehen. Ah! Scheisse! Und Simu erwartet heute das Gleiche. Einfach noch hundertmal schlimmer. Ich verklüpfe Schellen, da kommt der Horror- HUUUUUH! Warum, meinst du? Weit der Visage. Oder die Frisur. Komm, nimm Platz. Halloween steht vor der Tür und heute zahle ich dir's zurück. Du siehst, du bist nicht ein klupfhafter Mensch. Darum hast du die Pulsur hier an, die hast du schon montiert. Du hast so eine coole V-Art-Brille an. Du bist im Horrorfilm, in diesem Horror-Game. 10 Minuten-Countdown. Wenn du stirbst, wird er zurückgesetzt. Jetzt noch eine kleine Haken-Sache. Wenn dein Puls im echten Leben über 100 geht, dann startet der Countdown wieder neu. Das heisst, 10 Minuten lang durchhalten im Game und durchhalten im Real Life. Eracht ihr jetzt nicht als schwierig? Ich glaube an dich. Ich finde es schwieriger, als wenn man das anlegt, schell. Ja, dann kann ich das schnell an. Also, jetzt geht's los. Ich kann ein Wohlenrennen. Stöpseln rein, los. Ja, eine wunderschöne Natur. Du musst Vorrats machen, du bleib den Countdown stehen. Ja, ich weiss. Ah, das sind meine Hände. Das ist doch so hässlich. Ich habe das Gefühl, das geht nicht gering. Da bin ich also noch nie gewesen. Was? Ja, 101. Da drin das Kabel. Es hat gesohrt. Wie kann ich euch glauben, was das stimmt? Ich bin zu null erklöpft. Aber du regst dich auf. Ja, ich reg mich auf. Jetzt tut's schon wieder gesohrt. Ja, das ist doch. Herr, komm nochmal. Ja, was ist denn das, du? Nein! Aber jetzt nicht wegen dem... Nein! Ich habe nicht wegen dem... Es ist ein Kreien. Ja, ein Kreien. So, ich weiss nicht, aber jetzt schnurrenhaft. Ja, jetzt schnurrenhaft. Ich bin wirklich völlig im eigenen Film. Du musst dich nicht drücken, glaube ich. Wirklich? Ich mache mich so zu wach. Wenn wir schon bei 9.90 sind. So, jetzt geht's. Scheisse! Jetzt wäre ich nämlich auch ein Nachtrang gewesen. Also gut, du kommst gar nicht wirklich runter mit dem Puls. Warum ist es jetzt schwarz? Ich weiss es nie. Ha! Pulsier spiele ich nicht. Komm, ich spiele. Kann ich Musik machen hier? Oh! Ha! 95, 96, 97... Was? Hallo? Jetzt kann ich noch die Fresse. Was? Er muss jetzt wieder runterfallen? Nein, er will nicht. Ich bin nicht verklüpft. Aber jetzt musst du oben runterkommen mit dem Puls. Es tut wieder, oder? Ja, es ist 102. Ja, also wenn du über 100 bist, würde ich gar nicht erst weiterspielen. Warum geht der nicht runter? Das ist ja auch nicht ganz genau, wie gesund es ist. Ganz ehrlich. Super, ich bin ein bisschen klasatrophobisch veranlaget. Du hast wirklich das Gefühl, du bist hier in diesem wachengen Raum. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah! Ah! Du Soldo! Ja, nicht von diesem Wasser trinken. Das gibt Lebensmittelvergiftung. Du bist auf 111. Pulsierbaden. Weisst du, Schere, es wird vor allem nicht besser, oder? Gibt es in der Taktik? Nein? Die Jungs lachen sich einen ab. Schau mal da hinten. Geile Sache, oder? Hät ihr mal einen Hohschi dran? Ja, das freut sich. Weisst du nichts? Nein? Ah! Da ist immer noch die scheisse Leiche. Du, dass man das nicht ins WC tut, das verstopft. Wir müssen gehen, jetzt! Du, der Pulsier ist auf 102. Ja, jetzt spür ich es. Im Moment ist er noch auf 102. Ich habe sie gefunden, wie fühlst du mich. Ja? Kannst du mir erzählen, was hier los ist? Ich spiele die erste Woche und wann? Ja, das ist los. Ah, F***, eine Schweise. Ja, die Tür geht auf. Nie ein gutes Zeichen. Puls, Schere! Das ist 93, das ist gut. Bin ich jetzt... Ah, Wappers! Kann ich noch mal? Was ist mit dir losgekommen? Hey! Holy shit! Ah! Das ist doch die Mia! Ja, jetzt! Oh, what? Oh, what? Das ist richtig weh! Ich spüre es! Ah! Es bränt! Hey, ich schwitze wie einer so, aber es ist nicht über 100, gell? Nein, es ist im Moment... Huuu! Immer noch unser Finger hier. Mia, Marsch! Ah! Hey! Nicht jetzt schon wieder! Hey! Was kann ich machen? Hallo! Wo ist sie? Ah, hier. Du musst nicht... Hallo! Ich habe doch dir gar nichts gemacht! Oh, shit! Das musst du... Das musst du auch ein wenig verpickseln. Scheisse! Hey, hey, hey! Hey! Aber wie viel? 107! Hat es nicht gelangt? Nein, es hat nicht gelangt! Ah! Oh Mann, das scheisst so! Ich mache eine Pause. Das Problem ist, dass es mir wirklich schlecht ist. Oder du siehst etwas... Du bist herumsecken, aber du bleibst stehen. Das ist wie als Kind, wenn du im Auto gelassen hast oder so. Es wird einem schlecht. Nein, ich muss eine Pause an. Ich auch. Ich muss schon kissen. 2000 Jahre später... Es war mir wirklich richtig stolz. Jetzt habe ich ein Pauschen gebraucht. Oh fuck! Da bin ich! Verklüpf ab dich! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Nicht du darfst! Oh oh! Hallo! Oh fuck! Wo geht es jetzt her? Hallo! Ah fuck! Was habe ich in euren Arm? Ah! Das ist mein eigener Arm! Wie eine Gruselung! Patronen! Unterknarren! Scheres geht zur Sache! Ah! Schaut ab was sie verknüpfen! Wie schiesse ich eigentlich? Hä? Ah! Fuck! Wieso soll ich jetzt gleich schiessen, wenn ich schon auf meine eigene Chance verklöpfe? Ah! Die Jure! Ah! Ah! Du bist schon bei 100 Meter auf dem Fall! Ah! Nein! Jetzt muss mich schnell beruhigen. Jetzt gibt es Endfight! Ich spüre es! Hallo! Hallo! Was ist denn das für eine Stimmung? Ich darf offen durch... Immer die gleiche Hände! Ah! Wie schiesst du? Oh! Brauche ich mich! Ich schiesse gerade! Nein! Ich mache das gar nicht! Ruhig! 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 Das ist mir wie im Managerischen Gemeinschafts-Külienschrank. Pause mal ein Marker von uns! Ruhig! Das ist schon wieder wie 95! Ah! Das nervt mich einfach mehr! Jaäääh! Schlüssel nach Hause! Hallo, warum hast du so einen alten Mann so schnell? Oh, oh, oh ja, hier! Komm jetzt! Ja, ja! Ich finde es mir egal, wie es kommt. Sind das meine eigenen Schritte? Ich bin schon so verweilt. Das passiert nicht mehr lange, ich kann es nicht mehr scheren. Wie lange habe ich noch? Du wirst noch 30 Sekunden. Ja, also. Ich werde hier noch eine Wäsche über. Ich werde eine Wäsche machen. Und gut. Aber du darfst hier nicht bleiben. Ja, 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 ich laufe schon wieder nicht. Steh ein bisschen ab hier. Ist es gut? Hey, Müs! Telefon... Ich muss es holen. Bist du fertig? Du bist durch. 10 Minuten geschafft. Mir ist so schlecht im Fall. Das war es. Happy Halloween! Du bist gut. Du bist ja bloß. Du bist du fertig. Du bist toll.